Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich darf nicht so laut sein, weil Hella ist unten. Ich habe einen Anschlag auf sie vor und zwar habe ich so ein Format bei Luca gesehen, aka Laser Luca, aka Luca Crew. Vielleicht kennen einige von euch ihn. Ich finde ihn auf jeden Fall richtig cool und er macht immer dieses Format. Das Video endet, wenn... Und das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren mit Hella. Und zwar wisst ihr alle, dass Hella gerne und sehr, sehr viel und oft lacht. Und ich will mal sehen, wie schnell ich sie zum Lachen bringen kann. Und das Video endet, wenn Hella lacht. Also lasst uns mal runtergehen. Hella? Hella? Ja? Wir drehen ein Video. Achso. Hallo. Hallo, was malst du da? Ich male einen Löwen. Einen Affen? Einen Löwen. Das ist ein Löwe. Okay, man erkennt es doch nicht so richtig. Aber es soll auf jeden Fall ein Löwe werden. Okay. Was machst du? Ich esse jetzt Melone. Okay, und was drehen wir für ein Video? Das sage ich nicht. Erst mal so Alibi-mäßig malen. Also ich mache jetzt einfach mein Bild und du drehst ein Video. Ja, ja. Hast du einen guten Witz für mich? Nee, ich auch nicht. Warte, ich muss mal überlegen, was mein Vater so für Witze erzählt hat letztens. Mein Vater lernt neuerdings Witze auswendig. Und erzählt dir jetzt immer bei anderen Leuten. Das müssen wir jetzt richtig viele wissen. Jetzt habe ich mit einer Hand die Melone geschnitten und die Helpte ist runtergefallen. Und das Ding ist... Hella lacht immer. Überall die Witze von meinem Vater, die nicht lustig sind. Doch, die sind eigentlich witzig. Irgendwie brauchen wir hier mal ein bisschen mehr Licht. Hella, findest du mich eigentlich witzig? Ja. Okay. Dann erzähl ich mal einen Witz. So, jetzt haben wir mehr Licht. Das ist nur mein Video. Okay, Leute. Das war's. Bis zum nächsten Video. Tschüss. War es das jetzt? Ja. Nein. Doch. Wieso? Du weißt, wie das Video heißt. Das heißt, das Video endet, wenn hella lacht. Nein. Nein.